Mit Lightning Anschluss Neue Liacs melden einen stärkeren Akku beim iPhone 7er Airpods mit Lightning Anschluss deuten. Zudem auf das Ende des Klinkensteckers beim iPhone 7 hin. Alle Infos zum iPhone 7 erwarteter Ausstattung. Display 4,7 Zoll 5,5 Zoll iPhone 7 Plus Prozessor A10 Speicher 32,64, 256 GB 32,8. 1,2,8, 256 GB iPhone 7 Plus Betriebssystem iOS 10 Hauptkamera 12 oder 16 Megapixel Single Lens Dual Lens iPhone 7 Plus Akku 1960 MA iPhone 7 Besonderheiten Wasserdichtes Gehäuse kein 3,5 mm Kopfhöreranschluss Smart Connector iPhone 7 Plus Farben Space Black Gold Rose Gold und Silber Vorstellung September 2016 Preise ab 720 Euro ab 830 Euro iPhone 7 Plus iPhone 7 hat der Akku deutlich mehr Ausdauer News vom 14. Juli 2016 Die Präsentation des iPhone 7 und 7 Plus rückt langsam näher und die Details zum neuen iPhone werden konkreter. Power Leaker On Liacs alias Steve Hammerstoffer hat jetzt einen konkreten Hinweis auf die Akkukapazität des iPhone 7 getweetert. Er meldet, dass das iPhone 7 mit dem 4,7 Zoll Display einen 1960 MA Akku erhalten wird. Stimmt die Info? Dann fällt der Akku beim iPhone 7 deutlich leistungsstarker aus als der Energiespeicher im aktuellen iPhone 6S Plus 14 Prozent. Längere Ausdauerzeiten wären die Konsequenz. Der Akku im iPhone 6S hat lediglich eine Kapazität von 1715 MA. Hammerstoffer stufte seine Informationsquelle als ziemlich zuverlässig ein. Kein Kopfhörerstecker, zweiter Lautsprecher. Keine neuen Infos gibt es zum Design des iPhones und dem Wegfall der Kopfhörerbuchse. So bleibt auch weiterhin offen, ob das iPhone 7 und iPhone 7 Plus anstelle der Kopfhörerbuchse einen zweiten Lautsprecher bekommen werden oder nicht.